Und ein paar Heiz. Ich habe so viel Heiz. Und ich glaube, es fehlt vielleicht etwas Fiber. Megalodon? Mega. Nicht mehr. Megalodon. Ich denke mir nur, ich würde mich ganz schön ärgern, wenn ich im nächsten Beacon dann einen super Megalodon-Sattel finde und dann alles neu schmieden muss. Oder kann. Muss natürlich nicht. Aber das ist gar nicht so einfach, denn ich habe festgestellt, dass die verbesserten Sattel auch viel, viel mehr Rohstoff kosten. Da kann man nicht einfach einen Apprentice-Sattel aus den Armen schütteln. Ich habe sie so geparkt, Ania Forger, damit ich Eier sehen kann, falls sie ein Ei droppt. Ansonsten wäre es unter Wasser. Da sieht man es nicht so gut. Chun-Li? Hier. Hier. Nein, da hinten. Ah. Hast du einen leichten Magenta-Stich? Sieht fast so aus. Die Farbe verfolgt mich überall. In diesem Spiel. Gut. Die Wasserdinos kann ich erstmal die kleinen Neuzugänge dort lassen, damit sie XP sammeln. Optimalerweise sollte ich ein Listro... ...irgendwieder hinbringen. ...aber das Vieh würde wahrscheinlich erbringen. Gut. Ach ja. Einen Möwensattel. Wie heißt das Vieh? Es heißt Pelagor. Ich habe dafür... ...prime Fischbüke verfüttert. Ich hätte so einen Riesenball getötet. Mit Hilfe der... ...Agentavis. Also, mein Agentavis hat angriffen. Die anderen haben nur zugeschaut. So. Pelagornis? Pelagor. Nein. Ach, wahrscheinlich habe ich es noch gar nicht gelernt. Pelagor. Habe ich nicht. Nein. Und das ist ziemlich teuer. Ich warte damit noch, bis ich sicher bin, was ich als nächstes machen möchte. Denn ich habe ja nicht so viel Längere. Was meinst du? Was sollen wir machen? Erkunden. Erkunden wäre eine gute Idee. Hast du genug Fleisch? Immer noch. Das wollte ich nicht. Ich wollte jetzt nur da. Hap. Und... ...einmal mitkommen. Du kommst mit. Ah ja, ein Fuel mir habe ich auch noch geholt. Und damit ich sie mit Stimbearis füttern kann. Und... ...schnell die... ...Campus-Bins befüllen kann. Ohne viel Laufwand. So. Das ist die Artemis. Der kommt mit, ja. Health. Und die User kommt mit. Wahrscheinlich bekomme ich sie gar nichts mehr raus. Nein. So. Ich gebe dir das gleich. Nein. Nicht ein Hedge. Verdammt nochmal. Das kann ich jetzt nicht reparieren. Nicht im Moment. Was sagst. Ich wollte das hier machen. Dann läuft die eine halt. Eventuell später rum. Was habe ich alles? Ich habe hier drei Vögel. Artemis ist da hinten. Luna ist... Wo ist Luna? Da ist sie. Das ist nicht Luna. Das ist Sand. Oh, oh, oh. Das wird übel. Das wird... Na gut. Na gut, dann. Dann gehe ich halt ohne meine Mom. Bin ich schneller unterwegs. Die eine war ein bisschen zugestellt. Da kam ich jetzt nur schlecht dran. Zumindest ein bisschen viel geht's. Etwas mobiler. Oh, das ist aber praktisch. Er hat mir sogar gezeigt, wo sie abgestürzt sind. Die kleinen Titanomirmas. Ich fühle mich so nackt und meine Schmetterlinge oder Motten. So, und hier habe ich noch ein kleines Problem. Nämlich... Hier in der Nähe ist ein Alpha Megalodon. Wahrscheinlich der vom letzten Mal immer noch. Der ist dann in diese Gegend gewandert. Ist das tot? Nein, es rutscht sich nur aus. Und ich habe versucht, ihn mit der Armbrust zu bearbeiten, aber er ist immer wieder geflohen. So dumm war er nicht, dass er einfach stehen bleibt. Deshalb ging das nicht so wirklich. Da unten ist... Oh, das ist tief, als man denkt. So ein kleiner Canyon. Alle noch da? Ja... Die Trillobytes lohnen sich nicht, wenn ich auf den Argentavis bin. Da ist es besser, wenn ich heimsteige und sie mit der Axt bearbeite. Das bringt mehr Rohstoffe. Hier ist der Wald. Ich bin schon die ganze Nacht wach. Aber die Stimme sollte wirklich kein Problem mehr haben. Weil ich ja nicht die ganze Nacht über gesprochen habe. Ich habe aufs Kring gespielt. Trotzdem ist sie immer noch ein bisschen heiser. Metall. Hier ist Metall. Okay, das muss ich mitnehmen. Ich suche schon so lange nach Metall. Bei mir in der Gegend wächst nichts mehr. Ich hoffe, die landen alle hier oben. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Nichts. Nett. Gut. Ist das hier noch Metall? Ja. Alles muss mitnehmen. Und ich kann es nicht einmal für Munition verwenden. Da es viel zu teuer ist. Zwei Metall für einen Schuss. Bei meiner Trefferquote. Wäre ich ruiniert. Ruiniiert, sage ich. So, hier ist tatsächlich nichts mehr. Auf der anderen Seite. Also, einer rüber. Die könnten ruhig ein bisschen ergiebiger sein. Aber. Besser als nichts. Okay, es ist eine ganze Menge. Ich habe wahrscheinlich schon 300 dabei. Vorsicht. Ich bin gleich wieder überraten. Aber die Vögel können so viel tragen. Ich gebe ihnen 80 Einheiten Metall. Zu sagen, das trage ich doch auf einem Flügel. Und nicht zu sagen, auf einer Flügelspitze. So, habe ich alles. Sieht so aus. Gut. Das ging ja schneller, als ich dachte. Mh, ja. Ja, ist so wieder zu. So, dann warte ich, dass das Ding kurz verschwindet. Auf ihn steige ich am besten. So. Ist da noch mehr Metall? Ist denn heute schon Weihnachten? Gut, dann habe ich diese Folge. Die Megalotons ausgerüstet. Gezeigt. Die Basisveränderung. Gezeigt. Oh, meine Stimme. Und Metall gesammelt. Vielleicht reicht es inzwischen tatsächlich für den einen oder anderen Schuss. Aber am besten wäre, wenn ich sie sparen würde, für den Industrial Grinder. Der braucht, ich glaube, 3000 Metall oder so. Metall waren. Also extrem teuer. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der ganzen Karte so viel zusammen bekomme. Ohne weiteres. Aber wenn ich das Ding aufgestellt habe, kann ich die ganzen Waffen und Rüstungen aus den Beacons, die ich nicht brauche, und settle, dort zu Rohstoffen wieder. Verarbeiten. Da unten ist Metall. Und hier oben auch noch. Da ich ja schon sehr viele Waffen und Rüstungen gefunden habe, hauptsächlich Werkzeuge, Pieken und Äxte, aber auch ein paar Reimwürste, die ich nicht brauche, kann ich da noch ordentlich Rohstoffe bekommen. Wenn ich die Einschmelze zerlege, so ist das. Ich muss schauen, dass mich die Vögel gleich noch überhaupt nach Hause fliegen können, wenn sie völlig überladen sind. Ich muss noch ein bisschen Platz lassen für mich. Gut, Steine könnte ich theoretisch da lassen. Dann steige ich in der Basis auf den Dötikurus und gehe mal kurz um die Ecke, dann habe ich genug Steine. So könnte ich also noch ein bisschen Gewicht einsparen, falls es knapp wird. Ah, hier ist noch mehr. Also ja, ich... Nein, das ist nicht noch mehr. Das ist das Ein, das ich gesehen hatte. Rohstoffe. Vorsicht. Jetzt werde ich fast runtergefallen. So, langsam haben wir ein kleines Problem mit dem Gewicht. Aber ich schmeiße die Steine deshalb noch nicht weg, weil ich mir dann möglicherweise etwas Arbeit gespart habe auf dem Dötikurus. Gut. Dann speichere ich die Aufnahme hier. Denn wie man hört, war meine Stimme halt auch schon mal besser. Bis zur nächsten Folge. Ich sag mal, was wir in der Verstorz sagen, was wir hier värSE, haben wir nicht gek? Ja, ich sage das, irgendwas, Und das ist, dass wir uns nicht in game Also, wenn ich nicht mehr wenn wir rancher das, dann geht es mir dann, ?